GZSZ Folge 7876 vom 19. Oktober 2023 Emilies Welt liegt in Scherben. Zerbrochen liegt ein Glas auf dem Boden. Was genau passiert ist, kann Emily, Anne Menden, nicht sagen. Ist es ihr aus der Hand gefallen? Sie weiß es nicht mehr. Doch sie kennt den Grund dafür. Sascha, Daniel Noah. Ihre große Liebe hat sie einfach so verlassen und Emilies Leben gleicht einem Scherbenhaufen, wie im Video zu sehen ist. Sascha steigt ins Taxi und verlässt Emily, seit er nicht mehr da ist. Hat sich die Welt für Emily zurückgezogen, ist taub geworden. Hat sie das Glas in Wut über seinen Fortgang auf den Boden geworfen? Sie weiß es nicht mehr. Nur schwer kann Emily begreifen, was mit jeder Sekunde mehr und mehr zu ihrer eigenen Realität wird. Sascha hat sie verlassen. Nur wenige Augenblicke zuvor musste sie mit ansehen, wie ihre große Liebe ins Taxi steigt, um sich für immer aus ihrem Leben zu verabschieden. War es ein GZSZ-Abschied auf Raten? Lange Zeit wollte Emily nicht wahrhaben, dass Sascha in seinem Innersten ein Getriebener ist. Jemand, der seine Ziele bis zum Ende verfolgen muss, egal, was es kostet. Dass der Preis eines Tages jedoch die gemeinsame Liebe sein würde, konnte Emily sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht ausmalen. Seit Sascha den Tod seines Freundes Mohammed miterleben musste, quält ihn die Frage nach dessen Mörder. Verbissen verfolgt er seitdem jede noch so kleine Spur. Als ein Hinweis ihn nach Ägypten führt, versucht Emily ihn mit einem verzweifelten Appell davon zu überzeugen, die Geister der Vergangenheit ruhen zu lassen, doch scheinbar ohne Erfolg.